Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute sind wir mal wieder eine etwas kleinere Runde. Letztes Mal war es eine sehr, sehr große Runde, ist aber glaube ich auch ein sehr, sehr relevantes Thema, weil ich habe auch gerade vorab schon einige Fragen bekommen zum Thema ausländische Kunden, Rechnung ins Ausland schreiben, Rechnung ins Drittland, EU und Reverse Charge und all die ganzen Sachen. Und heute wollen wir uns mal so die nächsten 30-45 Minuten mit dem Thema beschäftigen. Unsere Agenda heute. Erstmal wollen wir uns anschauen, was eigentlich Ausland ist. Das ist jetzt ein bisschen trivial. Wir wollen tatsächlich mit so ein paar, ich würde mal sagen, Standard-Definitionen anfangen, weil die sind relativ wichtig, weil die halt im Gesetz geregelt sind. Das heißt, in diesen schönen Büchern steht immer eine Menge Zeugs drin und um zu verstehen, was Kunden im Ausland machen und so. Dafür sollte man wissen, was eigentlich das Ausland ist. Das ist nämlich gar nicht so, also mit gesundem Menschenverstand kommt man im Steuerrecht nicht zwingend weit. Deswegen wäre das ganz gut, wenn wir uns das vorher anschauen. Wir gucken uns das ganze Thema Umsatzsteuer an. Das ist nämlich in erster Linie immer der Knackpunkt, der ein bisschen schwierig ist. Das ist das ganze Thema, wie weise ich eigentlich richtig die Umsatzsteuer aus und wie packe ich das idealerweise, also wie packe ich das richtig in die Umsatzsteuer-Voranmeldung. Darum geht es eigentlich immer. Dann wollen wir angucken generell, also die grundlegenden Sachen einfach dann, grundlegenden Regelungen einmal anschauen. Dann wollen wir uns einmal ganz speziell anschauen, was auf Rechnung stehen muss, wenn ihr sie ins Ausland stellt. Dann gehe ich kurz auf das Thema zusammenfassende Meldungen ein, weil das liegt auch immer, also wenn ihr das schon mal gehört habt oder nicht und so weiter, wenn da Fragen sind, gerne her damit. Schauen wir uns aber einmal an, wer es machen muss, wann es gemacht werden und so weiter. Und dann das große Thema, Rechnungen aus dem Ausland richtig verbuchen. Das heißt, wenn ihr quasi Kunde seid. Das ist fast jeder von uns und zwar, wenn ihr irgendein Software-Tool verwendet. Die meisten haben ihren Europasitz nicht in Deutschland. Das heißt, ihr habt sowieso immer eine Geschäftsbeziehung mit dem EU-Ausland. Das sind alle Online-Tools, App Store, Play Store, Google, Facebook, Amazon. Da kriegt ihr relativ viele Rechnungen aus dem Ausland. Und wie die in der Buchhaltung richtig erfasst werden, das schauen wir uns anschließend an. Zuerst schauen wir uns die Definition an. Das heißt, was ist eigentlich ein Ausland? Und das ist relativ wichtig, weil ein ausländisches Unternehmen oder ein ausländischer Unternehmer ist ein Unternehmen, das quasi keine Vertretung, keine Zweigstelle, keine Betriebsstätte, keine Geschäftsleitung, keinen Wohnort und so weiter in Deutschland hat. In Deutschland, das heißt begrenzend der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ja große Unternehmen, die mehrere Sitze haben. Und da ist es dann immer wichtig, für welchen Sitz führt ihr eure Leistung aus. Es kann ja sein, dass ihr keine Ahnung mit Microsoft Geschäfte habt und Microsoft hat aber auch einen Sitz in München. Und dann kann es natürlich sein, dass ihr für Microsoft Irland arbeitet. Es kann aber auch sein, dass ihr für Microsoft Deutschland arbeitet. Davon ist es dann abhängig, wie ihr eure Rechnung schreiben sollt. Ist dann eigentlich, zumindest bei den großen Unternehmen, eigentlich immer auch quasi in Verträgen mit geregelt. So muss aber geklärt sein. Das heißt, das sollte euch unbedingt bewusst sein, damit ihr wisst, wohin ihr die Rechnung schreibt. Im Umsatzsteuergesetz unterscheidet man nicht nur zwischen Inland und Ausland, sondern man unterscheidet zwischen Inland, EU, Ausland. Das heißt, alle anderen EU-Staaten und Drittland. Im Umsatzsteuergesetz steht überall Drittland. Drittland heißt eigentlich alle Länder außerhalb der EU. Also angefangen bei Schweiz, dann USA, Singapur, Australien, Marokko, Südafrika. Ich zähle sie nicht alle auf. Ihr wisst, welche ich meine. Alle, die halt nicht in der EU sind. Deswegen ist man so in der Prüfung zum Steuerfach und Steuerberater und so weiter, muss man auch immer. Im schlimmsten sind die Geografie-Fragen bei so Ländern, bei denen man nicht so genau weiß, ob sie in der EU sind oder wann sie dazu gekommen sind. Das ist aber wichtig für die Umsatzsteuer. Hier an dieser Stelle ganz wichtig, vielleicht alle Leute, die jetzt einmal dabei sind, kurz reinschreiben, was ihr macht. Macht ihr Dienstleistungen oder macht ihr Verkauf von Waren? Das heißt, ihr macht die Beratung und so weiter. Das Umsatzsteuergesetz, das ist nämlich ganz wichtig, unterscheidet zwischen sonstigen Leistungen. Das ist alles, was eine Dienstleistung ist. Und Gütern, also Verkauf, eine Lieferung oder eine sonstige Leistung. Das sind immer so die beiden Dinge, die im Umsatzsteuergesetz stehen. Und da ich unsere Kunden kenne und davon ausgehe, dass ein paar von euch unsere Kunden sind, haben wir ganz, ganz über 90 % aus dem Dienstleistungsbereich. Deswegen ist mein Fokus heute, insbesondere geht es um Dienstleistungen, das heißt um sonstige Leistungen. Das heißt für alle auch, die später vielleicht die Aufzeichnung sehen, wenn ihr Interesse habt, dass wir uns das Ganze irgendwann vielleicht nochmal anschauen bei Versandhandel, physische Güter. Da verhält sich das so ein bisschen anders. Da gibt es auch gerade Regelungen, die gerade relativ neu sind. Da sind wir tatsächlich auch gar nicht der größte Experte drin, da haben wir einen Partner. Da kommen dann auch noch einige Videos, eher Videoform auf unserem Kanal. Aber es geht darum, dass die ganze Umsatzsteuerregelung eine andere ist. Deswegen ab jetzt quasi Dienstleistungsbereich. Für euch ist es wichtig, also ihr solltet wissen, einmal Inland, EU-Ausland oder Drittland. Das solltet ihr wissen, wenn ihr mit einem Kunden zu tun habt. Da kann man im Zweifel im Weltatlas nachschauen, wer denn in der EU ist. Was ganz wichtig ist bei euch ist, seid ihr im B2C-Bereich? Das heißt, ist euer Kunde quasi ein Endverbraucher oder ist es ein Geschäftskunde? Damit steht und fällt alles. Also das müsst ihr unbedingt wissen. Auch kann es natürlich sein, dass ihr einen Unternehmenskunden habt oder einen Selbstständigen, der vielleicht eure Leistung bezieht, aber für den Privatbereich. Dann wäre das auch eine B2C-Leistung. Deswegen B2B ist es wirklich nur, wenn eure Leistung für das Unternehmen eures Kunden ausgeübt wird. Um euch ein Beispiel zu geben. Ihr baut Webseiten und baut diese Webseite, könnt ihr eine Hobbyseite haben von jemandem aus Österreich. Oder ihr baut halt eine Webseite für den unternehmerischen Bereich eures Kunden in Österreich. Und dann ist es halt ein B2B-Umsatz. Und das ist wirklich die absolute zentrale Frage bei internationalen Kunden. Also wir gehen jetzt erstmal nur davon aus, dass ihr quasi Dienstleistungen anbringt für ein anderes Unternehmen. Denn das Umsatzsteuergesetz baut immer darauf, wo eine Leistung steuerbar ist. Das heißt, wo ist der Ort der Leistung. Damit wird man, spreche ich aus Erfahrung, bei Steuerklausuren, egal in welcher Prüfung, wird man gejagt und wird mit diesen fetten Büchern verprügelt, bis man weiß, wo der Ort der Leistung ist. Das wird einem wirklich so eingeprügelt, dass der Ort der Leistung so entscheidend ist. Und der Ort bei einer B2C-Leistung und einer B2B-Leistung wird unterschiedlich definiert. Und deswegen ist es entscheidend. Das ist für euch vielleicht egal. Das heißt, ob ein Ort einer Leistung jetzt in Österreich oder in Deutschland ist, kann euch in den meisten Fällen egal sein. Wem das nicht egal ist, ist den Staaten. Das heißt, Österreich und Deutschland ist das nicht egal. Wenn wir nämlich nur Umsatzsteuer machen und die ganze Vorsteuer geltend machen, also die ganze Umsatzsteuervoranmeldung berechnen, dann ist es ein riesen Unterschied, ob auf einer Rechnung österreichische Umsatzsteuer steht oder deutsche Umsatzsteuer. Weil die deutsche Umsatzsteuer muss natürlich an den deutschen Staat abgeführt werden und die österreichische Umsatzsteuer an den österreichischen Staat. Und was Deutschland auch nicht möchte, ist, dass quasi deutsche Vorsteuer geltend gemacht wird und dann Österreich die Steuer bekommt. Deswegen gibt es da vor allem Definitionen für den B2B-Bereich. Die Grundregel ist folgende. Bei B2C gibt es gar nicht die großen Probleme. Bei B2C ist der Ort der Leistung immer da, wo ihr quasi eure Leistung ausübt. Das heißt, es ist eine ganz normale Rechnung mit Ausweis der Umsatzsteuer. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, fällt mir ein doofes Beispiel ein, für einen Angler in Österreich, der gerne angelt, eine Webseite baut. Und ihr baut diese Webseite und der macht das als sein Hobby und der beauftragt euch und zahlt euch 10.000 € für die Webseite. Dann schreibt ihr eine ganz normale Rechnung. Das heißt, der Kunde in Österreich hat auch eine österreichische Adresse usw. Ihr schreibt aber eine Rechnung, 10.000 € plus deutsche Umsatzsteuer, das heißt 19 % Umsatzsteuer. Weil der Ort der Leistung ist immer an dem Ort des Unternehmens. Also da, wo ihr quasi wohnt, da wo ihr euren Betriebssitz habt, was in den allermeisten Fällen auch das ist, wo ihr wohnt. Das heißt, da habt ihr quasi bei euch, ist der Ort der Leistung und deswegen muss dort diese Umsatzsteuer abgefüllt werden. Wenn ihr Sitz in München habt, dann ist es halt in München und dann müsst ihr an das Münchner Finanzamt die Umsatzsteuer abfüllen. Wenn ihr ein B2B-Unternehmen habt, weil ihr beispielsweise in Österreich keinen einzelnen Angler habt, sondern jemanden, der einen Fischereibetrieb hat und der braucht eine Webseite, aber der macht das gewerblich, dann ist das ein B2B-Umsatz und ihr habt einen Geschäftskunden. Und das ist ärgerlich, weil im B2B-Umsetzen, im Umsatzsteuergesetz ist der Ort der Leistung immer da, wo der Kunde ist. Ist nervig, aber es steht so im Gesetz, § 3a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz, wer es genau wissen und nachlesen möchte. Aber per Definition wäre der Angelbetrieb dann in Österreich. Das heißt, ihr habt z.B. in Wien den Ort der Leistung. Das heißt, ihr sitzt in München, habt den Ort der Leistung aber in Wien, weil das beim Kunden ist, das heißt, wenn ihr einen Umsatz ausführt, wo der Ort des Umsatzes in Österreich ist, müsst ihr ja österreichische Umsatzsteuer abführen und das ist irgendwie blöd. Ich habe mir viel Mühe gegeben, das ist halt irgendwie doof. Und was ihr auch nicht machen könnt, dann müsstet ihr ja eine Umsatzsteuervoranmeldung in Österreich abgeben. Das ist so von der Logik. Also das Gesetz des Falls, da ist der Ort, müsstet ihr jetzt ja in Österreich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das ist für jemanden, der quasi Consulting macht oder von mir aus auch Webseiten baut und das für 5 unterschiedliche Kunden macht. In 5 unterschiedlichen Ländern ist das ein bürokratisches Monster, weil du plötzlich in 5 Ländern Umsatzsteuer abführen musst. Und du weißt ja nicht genau, wie das geht, du musst dich überall registrieren, du brauchst keine Ahnung. In Deutschland hast du schon mal einen Elster-Online-Zugang, hast einen Steuerberater und wie auch immer. Das brauchst du vielleicht dann in allen Ländern. Ist mega ätzend, wenn man dann in allen Ländern immer eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben muss. Damit das so nicht ist, gibt es eine Special-Regelung. Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel und zwar gehe ich da mein schönes Webseitenbeispiel. Du baust für jemanden aus Österreich eine Webseite, Angelbetrieb und diese Leistung ist dann halt in Österreich, weil da dein geschäftlicher Kunde da den Sitz betreibt, da sein Unternehmen betreibt. Das heißt, es fällt österreichische Umsatzsteuer an und diese Umsatzsteuer muss auch in Österreich abgeführt werden. Du kannst nicht in Deutschland quasi an das Finanzamt München österreichische Umsatzsteuer zahlen. Geht nicht, habe ich dir gesagt, den Staaten ist es schon sehr wichtig, dass sie ihre Steuern bekommen und nicht fremde Steuern, weil Deutschland hätte nichts dagegen österreichische Steuern einzusammeln, aber Österreich hätte halt was dagegen. Und das gilt auch, wenn du deinen Schreibtisch nie verlassen hast. Das heißt, auch wenn du in München im Homeoffice sitzt und die ganze Zeit arbeitest und den Schreibtisch nie verlassen hast, ist das trotzdem so. Per Definition ist der Ort der Leistung immer da, wo dein Kunde quasi sein Unternehmen betreibt. Das Ganze ist doof. So weit sind wir schon gekommen. Es gibt aber eine Lösung. Und zwar heißt die Lösung Reverse Charge Verfahren. Und Reverse Charge heißt quasi Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Ich habe euch viel über Angelbetriebe und so ein Zeugs erklärt. Das ist aber relativ wichtig, damit man es einmal verstanden hat. Es ging mir ewig so, sich einfach etwas auswendig zu merken, ist immer ein bisschen ätzend. Wenn man verstanden hat, warum etwas wie ist, ist es gar nicht mehr so dramatisch. Und das Ding ist, ihr könnt euch merken bei Geschäftskunden immer da, wo der Kunde ist und das ist halt nervig. Sobald ihr im Kopf denkt, das ist jetzt doof, jetzt muss ich in ganz vielen Ländern eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, dann könnt ihr davon ausgehen, okay, müsst ihr nicht machen, es gibt ein Reverse Charge Verfahren. Was sagt das Reverse Charge Verfahren? Das Reverse Charge Verfahren definiert quasi, dass der Empfänger der Leistung die Umsatzsteuer berechnen muss. Wir bleiben bei dem Beispiel, ihr seid Sitz in München und ihr habt einen Kunden in Wien, einen Angelbetrieb. Ich weiß nicht, ob man in Wien angeln kann, um ehrlich zu sein. Bleiben wir trotzdem bei dem Beispiel. Und dann muss euer wiener österreichischer Kunde in Österreich quasi die österreichische Umsatzsteuer, die ihr eigentlich abführen müsstet. Aber weil es für euch super aufwendig ist, euer Kunde ist da ja schon registriert, sagt man einfach, okay, lieber Leistungsempfänger, also lieber Kunde, führ du doch die Umsatzsteuer ab für das leistende Unternehmen. Weil du bist da registriert, du hast einen Elster Online Zugang, ich weiß nicht, ob es das in Österreich gibt, aber du hast die ganze Registrierung, du weißt, wie man eine Umsatzsteuer-Voranmeldung macht, du hast vielleicht einen Steuerberater und so. Du bist eigentlich in Österreich komplett gesetzt, deswegen, du als Kunde, mach das doch bei diesen grenzüberschreitenden Leistungen. Mach das doch, mach du das doch. Ist doch einfacher. Auch gerade für Grenzüberschreibende ist doch weniger Bürokratie für alle, keiner kommt zu Schaden, für alle ist das gut. Machen wir doch so. Und genau das ist das Reverse Charge Verfahren. Das heißt, du schreibst in Deutschland, quasi weist keine deutsche Umsatzsteuer aus, keine österreichische Umsatzsteuer aus, du schreibst einfach nur eine Nettorechnung an deinen ausländischen Kunden, also an deinen Wiener Angelbetrieb in dem Fall. Und der Wiener Angelbetrieb kriegt die Rechnung, 10.000 Euro netto, muss dann die österreichische Umsatzsteuer rechnen, also keine 19% deutsche Umsatzsteuer, sondern muss dann wissen, okay, was ist so eine Webseite. Ich gehe davon aus, in Österreich ist voller Steuersatz 20 und 10%. Ich glaube nicht, dass Webseiten irgendwie separat günstiger sind, deswegen wahrscheinlich 20%. Führt diese 20% österreichische Umsatzsteuer ab, hat aber natürlich im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung auch einen Vorsteuerabzug. Das heißt, er kann alle Umsatzsteuern quasi, die gezahlt wurden, auch geltend machen. Normalerweise fällt einem die Absurdität des Umsatzsteuergesetzes nicht so auf, weil ja dein Dienstleister die Umsatzsteuer abgeführt hat und du sie dir vom Finanzamt wieder holst. Bei Reverse Charge fällt das allerdings auf, weil in diesem Fall muss der österreichische Kunde die Umsatzsteuer abführen, kann sie aber zur gleichen Sekunde auch wieder geltend machen. Das heißt, er führt die Umsatzsteuer einmal ab und hat in der gleichen Voranmeldung, kann er sie gegenrechnen. Das heißt, er führt einmal 2.000 € ab, hat aber in der gleichen Sekunde die 2.000 €, kann er sich wiederholen, zahlt unterm Strich also auch nur den Nettobetrag. Das heißt, er muss gar nichts ans österreichische Wiener Finanzamt zahlen, sondern hat einfach nur quasi, ich würde mal sagen, mit der Umsatzsteuervoranmeldung einmal die Meldung abgegeben oder gab es einen Umsatz. Das ist eigentlich fast alles, was ihr über Reverse Charge wissen müsst. Also das ist der Grundgedanke. Damit ihr nicht so viel zu tun habt, macht es immer der Kunde. Damit das Ganze in der ganzen Kommunikation logisch und nachvollziehbar ist, müsst ihr natürlich darüber kommunizieren. Und wie kommunizierst du mit deinen Kunden? Natürlich auch per E-Mail und Telefon und sowas. Aber ganz am Ende, wie die steuerliche Handhabung deiner Dienstleistung ist, wird immer in der Rechnung kommuniziert. Das heißt, du musst in der Rechnung, auf deiner Rechnung ins EU-Ausland, also an Geschäftskunden im EU-Ausland, musst du quasi drauf schreiben, warum du eine Nettorechnung schreibst. Also du schreibst eine Nettorechnung ohne Umsatzsteuer und dann musst du drauf schreiben, warum du da keine Umsatzsteuer drauf schreibst. Da musst du irgendwie so einen Hinweis schreiben, wie Steuerschulden erschafft des Leistungsempfängers oder irgendwas mit Reverse Charge. Also z.B. Umsatz unterliegt dem Reverse Charge Verfahren. Kannst dir auch einen schönen Satz ausdenken. Kannst ihn auch googeln und so weiter. Ihr könnt auch einen von den beiden nehmen. Da gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, was da jetzt aufgeschrieben sein muss. Ihr müsst halt auf ein Reverse Charge Verfahren hinweisen. In Deutschland steht das Reverse Charge Verfahren in § 13b. Das heißt, ihr könntet auch irgendwas drauf schreiben wie Versteuerung nach § 13b oder irgendwie sowas. Das könnt ihr quasi alles drauf schreiben. Zusätzlich wichtig, also eine Nettorechnung plus Hinweis und, und das ist ganz, ganz wichtig, du musst deine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer drauf schreiben. Das heißt, die normale Steuernummer reicht nicht. Du musst die Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen. Falls du die nicht haben solltest, ich habe auf diesem Kanal schon mal ein Tutorial gedreht, wo ich per Screensharing gezeigt habe, wie man eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragt. Beim Bundeszentralamt für Steuern ist es verhältnismäßig digital und einfach. Könnt ihr einfach machen. Das heißt, schaut euch einfach das Video an, beantragt die. Was aber ganz wichtig on top ist und das ist absolute Grundvoraussetzung, wird leider häufig vergessen. Ihr müsst auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer von eurem Kunden quasi auf der Rechnung angeben. Und das ist extrem wichtig. Kurz auch da mal verstehen, warum das so ist. Ihr schreibt an einen einzelnen Hobbyangler eine Bruttorechnung. Das heißt, da schreibt ihr 10.000€ plus 19% Umsatzsteuer. Das heißt, diese Person zahlt 1.900€ und die darf natürlich auch diese 1.900€ sich quasi nicht wiederholen, weil es ein Endkunde ist. Das heißt, er zahlt auch 1.900€ mehr, das heißt, er zahlt einen Bruttobetrag. Der Geschäftskunde kriegt eine Nettorechnung. Das heißt, er muss euch 1.900€ weniger überweisen, muss dafür natürlich trotzdem die Umsatzsteuer abführen. Das Problem ist, wenn da rumgetrickst wird, wäre ja relativ einfach, einfach Nettorechnungen zu schreiben und die ganze Zeit immer so zu sagen, ich wusste ja gar nicht, dass das privat genutzt wird, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Und schon kannst du theoretisch eine von beiden, in dem Fall der österreichischen Staat, um die Umsatzsteuer betrügen. Damit das nicht passiert oder generell EU-weit nicht funktioniert, muss man immer beide Umsatzsteueridentifikationsnummern angeben. Das heißt, sowohl deine eigene als auch die vom Kunden. Das heißt, wenn du einen internationalen Kunden hast, also einen EU-Kunden hast, frag ihn bitte immer nach seiner oder ihrer Umsatzsteueridentifikationsnummer und schreib die immer auf deine Rechnung mit drauf. Das ist absolut notwendig, die brauchst du nämlich auch, weil du immer eine Meldung machen musst, welche Umsätze du quasi mit dem Ausland gemacht hast. Wenn du die nicht hast, dann musst du eine Bruttorechnung schreiben. Wenn du diese Umsatzsteuer-ID von deinem Kunden nicht haben solltest, dann schreib eine Bruttorechnung, weil im Zweifel hast du am Ende das Problem und musst es nachweisen. Und wenn das Finanzamt das nicht nachvollziehen kann und nicht sehen kann, dann schätzen sie im Zweifel dir deinen Umsatz. Also es ist immer zu deinen Ungunsten. Und du hast auch eine Verpflichtung zu checken, ob die Umsatzsteueridentifikationsnummer richtig ist. Das kannst du online machen. Dazu kann ich auch mal ein Video drehen, wie man das genau macht. Aber du musst online, kannst auch einfach googeln, Umsatzsteueridentifikationsnummer überprüfen. Du musst quasi bei deinen Kunden wirklich checken, ob die Umsatzsteueridentifikationsnummer richtig ist. Wenn dein Kunde dir einfach sagt, es ist AT12345678, sieht ungefähr aus wie eine österreichische Umsatzsteueridentifikationsnummer, und die ist aber falsch, dann ist es deine Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Nummer richtig ist. Und wenn du da eine falsche bekommst, dann frag halt nach, dass du eine richtige bekommst. Das muss dringend gemacht werden, weil auch da sonst liegt das Problem. Leider, also sonst habt ihr das Problem. Genau, was ich gesagt habe, ist es in deiner Verantwortung zu überprüfen, ob dein Kunde wirklich Unternehmer ist. Und dafür gibt es diese Umsatzsteueridentifikationsnummer. Der weist quasi die Unternehmereigenschaft nach. Eine Privatperson hat in Europa keine Umsatzsteueridentifikationsnummer und kann auch keine beantragen, weil du brauchst eine Steuernummer, die quasi für die Umsatzsteuer zugelassen ist. Und das hast du als Privatperson nicht. Das heißt, als Privatperson kannst du auch keine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen. Wichtig ist auch, weil das sehe ich auch im Alltag immer wieder, dass das aus Versehen falsch gemacht wird. Weil, keine Ahnung, du hast halt auch online, arbeitest zusammen und dann kommt halt ein Kunde aus Österreich, der sagt dir, hm, hier guck, ich will dich beauftragen, du merkst gar nicht, dass das ein österreichischer Kunde war oder schreibst deine Rechnung immer Copy-Paste und zwischendrin war mal österreichischer Kunde. Haben wir tatsächlich bei unseren Mandanten auch häufiger, weisen wir natürlich immer darauf hin, wenn uns das auffällt. Passiert aber regelmäßig. Umsatzsteuer, die du falsch ausweist. Das heißt, wenn du einen Angelbetrieb hattest und für 10.000 € eine Webseite erstellt hast und für 11.900 € eine Rechnung schreibst und dann merkst du, oh, das war falsch. Naja, jetzt war ja falsch und jetzt muss ich die 1.900 € nicht bezahlen, weil die waren ja falsch. Bad luck, würde ich mal sagen. Du musst falsch ausgewiesene Umsatzsteuer trotzdem abführen. Das heißt, wenn du 1.900 € Umsatzsteuer, deutsche Umsatzsteuer ausweist, dann musst du sie trotzdem auch abführen. Ist doof, weil dein Kunde kann sie halt nicht geltend machen. Also dein Kunde kann in seiner Umsatzsteuervoranmeldung in Österreich natürlich nicht die deutsche Umsatzsteuer, die du falsch ausgewiesen hast, geltend machen. Das geht leider nicht. Deswegen ungünstig für den Kunden. Viele Kunden merken das auch nicht. Also unserer Erfahrung nach ist, die Kunden zahlen das, die merken das gar nicht. Wahrscheinlich ärgert sich dann der österreichische, ich bin immer bei Österreich, es gilt natürlich alles das Gleiche für Polen, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, wer auch immer, alles komplett identisch. Kann die Vorsteuer leider nicht geltend machen und meistens ärgert sich dann wahrscheinlich der österreichische Steuerberater, aber dann ist das schon so lange her, dass es nicht mehr korrigiert wird. Andere Möglichkeit ist natürlich, du korrigierst deine Rechnung. Das heißt, du nimmst die 11.900 € Rechnung zurück und stellst nochmal eine Nettorechnung. Und wenn das Geld schon überwiesen wurde, überweist du halt die Differenz. Also die deutsche Umsatzsteuer, in dem Fall 1.900 €, überweist du dann einfach an deinen Kunden zurück und sagst, ach sorry, da ist in der Rechnungsstellung etwas falsch gewesen und so weiter, hier hast du dein Geld zurück. Und dann musst du auch keine Umsatzsteuer mehr abfüllen. Sova schreibt, mein Kunde nutzt das Gutschriftverfahren. Dort muss dann das gleiche wie bei einer Rechnung draufgeschrieben werden. Grundsätzlich ist eine Gutschrift in der Form eigentlich nur eine Rechnung, nur dass sie von einer anderen Seite geschrieben wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Endabnehmer, also einen Kunden aus Österreich hast, und ihr habt euch auf Gutschriften geeinigt, ist das exakt wie eine Rechnung, nur dass du nicht die Rechnung schreibst, sondern dein Kunde quasi die Rechnung schreibt. Aber auch der müsste auf Gutschriften, also grenzüberschreitend, beide Umsatzsteueridentifikationsnummern aufführen. Das heißt, du müsstest deinem Kunden in dem Fall deine Umsatzsteueridentifikationsnummer draufschreiben und auch dein Kunde müsste da diese ganze Reverse-Charge-Geschichte machen. Das gilt quasi genau das gleiche, nur dass halt Gutschrift draufsteht und dass dein Kunde sie schreibt. Nur noch einmal zur Erinnerung, das Ganze bezieht sich nur auf Unternehmenskunden. Das heißt, wenn das der private Angler ist, dann schreibst du ganz normal eine Rechnung, also dein Betriebssitz ist der Leistungsort und da schreibst du ganz normal 19 bzw. 7 % Umsatzsteuer. Das Ganze ist nur tricky, wenn du Geschäftskunden hast. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Dokument. Das ist quasi das Übertragungsprotokoll von Umsatzsteuervoranmeldungen. Das heißt, wenn ihr eine Umsatzsteuervoranmeldung abgebt, jetzt hier auch, ist eine, die haben, ich habe irgendeine kurz aus dem System gezogen von letztem Jahr. Also es ist eine Umsatzsteuervoranmeldung für Oktober 2020. Solltet ihr alle kennen, wenn ihr Mandant seid, findet ihr das alles in der Browser-Version von Contest. Könnt ihr euch die ganzen vorherigen Übertragungsprotokolle anschauen und könnt da das anschauen, wenn ihr das, keine Ahnung, mit LexOffice selber macht oder sowas, dann habt ihr auch so ein Übertragungsprotokoll. Auch wenn ihr das per Elster Online direkt macht, könnt ihr das da auch alles nachschauen. Ich möchte euch einmal zeigen, wo das eingetragen wird, weil das kein normaler Umsatz ist. Und zwar schauen wir uns diese Seite des Übertragungsprotokolles mal ein bisschen weiter unten an. Und zwar sind da die Umsätze, die jetzt quasi ich für den Angelshop oder diesen Angelbetrieb aus Wien ausführe. Da steht nicht Reverse Charge oder da steht auch nicht 13b, weil das ist relativ wichtig. Für mich ist das in der Form kein Reverse Charge Umsatz, weil der Ort der Leistung ja gar nicht in Deutschland ist. Das heißt, ich führe eine Leistung aus, ich baue eine Webseite und dieser Ort, diese Dienstleistung, der ist gar nicht in Deutschland. Das heißt, der Leistungsort ist in Wien, in Österreich. Deswegen ist es für mich in Deutschland eine nicht steuerbare Leistung. Und dann habe ich gesagt, es gibt immer eine Unterscheidung, sonstige Leistung oder Lieferung gibt es im Umsatzsteuergesetz und sonstige Leistung ist der Dienstleistungspart. Das heißt, hier geht es um Dienstleistung. Das heißt, es ist eine nicht steuerbare Dienstleistung gemäß und dann haltet ihr so einen Paragraphen. Für euch ist hier wichtig, da gehört es eingetragen, wenn euer Kunde quasi ein Geschäftskunde im EU-Ausland sind. Könnt ihr euch merken, könnt ihr euch screenshotten, gebt ihr auch eine Aufzeichnung, könnt ihr euch übermorgen screenshotten oder euch das dann angucken, wenn es soweit ist. Das ist aber relativ wichtig zu wissen, dass ihr das da eintragt. Da gibt es häufiger mal Verwirrung, weil da halt nirgendwo Reverse Charge steht. Das ist ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein. Muss es aber nicht, gehört da rein. Wichtig. Hier nochmal ein wichtiger Punkt, um wieder zurückzukommen. Wenn ihr Umsätze mit dem EU-Ausland macht, müsst ihr diese Umsätze quasi melden. Das heißt, wenn ihr dieses Feld ausgefüllt habt, müsst ihr alle Umsätze ans Bundeszentralamt für Steuern melden, die ihr da gemacht habt. Das ist quasi, ihr merkt vielleicht anhand meiner Ausführungen, es ist sehr EU-weit sehr gleichgestellt und sehr einheitlich geregelt. Das heißt, es gibt ein EU-Recht, das komplett innerhalb der EU, ich würde mal sagen, zumindest für die Dienstleistung relativ unbürokratisch eine Lösung gefunden haben. Also verhältnismäßig, wenn ihr wüsstet, mit welchen Fragen sich Lukas mit seinem Warenverkauf herumschlagen muss, das ist ein bisschen komplexer. Aber ihr müsst quasi einmal im Quartal melden, wie viel Umsatz ihr mit anderen EU-Unternehmen gemacht habt. Grundsätzlich muss diese Meldung quartalsweise gemacht werden. Das heißt, ihr müsst eine zusammenfassende Meldung einmal im Quartal machen und zwar immer bis zum 25. des Monats. Das heißt, wir haben jetzt gerade ja Ende September, wenn ich richtig liege, 21. September. Das heißt, das Quartal ist vorbei in 9 Tagen. Das heißt, das dritte Quartal ist vorbei und dann müsst ihr bis zum 25. Oktober eine zusammenfassende Meldung abgeben. Wenn ihr bei uns Kunde seid, also bei der Kontosteuerberatung Mandant, Steuerkunde seid, dann müsst ihr gar nichts machen, dann machen wir das für euch. Liebe Grüße und vielen Dank an Stefan an dieser Stelle. Stefan ist derjenige, der sich langsam schon warm läuft, um in 9 Tagen Gast zu geben, um die ganzen zusammenfassenden Meldungen ans Bundeszentrale für Steuern zu schicken. Wichtig ist, wenn der zu meldende Umsatz, das heißt der Umsatz mit EU-Auslandsunternehmen in einem Quartal mehr als 50.000 € ist, dann muss es monatlich gemacht werden. Auch da müsst ihr, wenn ihr unsere Mandantin seid, eigentlich gar nichts machen. Das ist einfach für euch nice to know. Ihr kriegt dann auch keine Ahnung so eine Info mit, aber es ist tatsächlich, ihr müsst da nichts bezahlen und gar nichts. Es geht wirklich einfach nur darum, dass ihr das einmal gemeldet habt, weil das muss quasi in jedem Staat passieren. Und dann kann quasi, wenn das österreichische Finanzministerium weiß, welche Umsätze zwischen Deutschland und Österreich passiert ist, und kann dann bei Betriebsprüfungen und so weiter, weiß halt Bescheid, was da Sache ist. Da muss nichts bezahlt werden und so weiter. Das ist wirklich rein informativ. Machen wir für euch einfach mit, wenn ihr bei uns Mandant seid. Wenn ihr nicht bei uns Mandant seid, müsst ihr es natürlich trotzdem selber machen. Das könnt ihr machen über einige Buchhaltungstools, nicht über so besonders viele. Bei LexOffice geht das, auch nicht im billigsten Paket, aber ab einem gewissen Paket. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Funktionen vergleicht. Ihr könnt es aber auch über Elster online machen. Wichtig ist, wenn ihr in einem Meldezeitraum keine Umsätze gemacht habt, dann müsst ihr auch keine zusammenfassende Meldung abgeben. Aber das Finanzamt weiß es in der Regel und ihr werdet auch aufgefordert, wenn ihr Umsätze gemacht habt, weil ihr eine Umsatzsteuer-Vornmeldung abgegeben habt, wo ihr diese Felder ausgefüllt habt mit nicht steuerbarer, sonstige Leistung aus einem EU-Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen und so weiter. Wenn ihr das ausgefüllt habt, dann müsst ihr auch nur das ZM abgeben. Wenn ihr da keine Umsätze gemeldet habt, dann müsst ihr auch keine zusammenfassende Meldung abgeben. So, kommen wir zum anderen Part. Seid ihr natürlich auch Kunden von ausländischen Unternehmen und das ist nahezu jeder von uns. Da gilt ja das gleiche Verfahren und da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen Drittland und EU-Ausland. Aber ich gehe mal davon aus, nehmen wir mal als Beispiel die Adobe Creative Cloud. Ihr habt einfach ein Adobe Abo, die sitzen in Irland, das heißt EU-Ausland. Also die sitzen natürlich eigentlich in den USA, aber fast alle US-Unternehmen, auch Apple, Google, Facebook und so weiter, die haben alle einen EU-Sitz, der ist meistens in Irland, Amazon sitzt in Luxemburg. Das heißt, ihr habt, wenn ihr da irgendwelche Software-Lizenzen kauft, Envato ist meines Wissens auch Irland. Das heißt, ihr habt da immer Geschäftsbeziehungen mit einem EU-Auslandsunternehmen. Und wenn ihr quasi jetzt in Deutschland auf die Webseite geht und was kauft, dann habt ihr als Geschäftspartner eigentlich immer das irische Unternehmen oder halt Luxemburg oder sowas und nie das direkt US-Unternehmen. Da seid ihr ja der Leistungsempfänger und da passiert genau das gleiche. Da muss denn das irische Unternehmen quasi nicht in Deutschland die Umsatzsteuer abführen. Das heißt, ihr müsst als Kunde eine Nettorechnung bekommen. Das heißt, beispielsweise von Adobe bekommt ihr für eure monatlichen Gebühren eine Nettorechnung und müsst in eurer Umsatzsteuervoranmeldung, denn beispielsweise, wenn ihr 50 € im Monat zahlt, müsst ihr einmal auf die 50 € die Umsatzsteuer abführen, 9,50 € Umsatzsteuer abführen, könnt ihr dann aber gleichzeitig auch als Vorsteuer wieder geltend machen. Wichtig ist hier natürlich, dass ihr einen Vorsteuerabzug habt. Das ist super ätzend, wenn ihr Kleinunternehmer seid. Das heißt, wenn ihr Kleinunternehmer seid, habt ihr tatsächlich echt ein Problem, weil ihr müsst es trotzdem abführen, die Umsatzsteuer on top. Ihr dürft euch die Vorsteuer aber nicht holen. Ich habe dazu mal ein Video gedreht über die fünf Dinge von Kleinunternehmern, die die meisten Leute nicht wissen. Das habe ich auf den Kanal hochgeladen. Schaut euch das gerne an, wenn ihr Kleinunternehmer seid und das noch nicht tut. Ihr müsst auch bei diesem ganzen Reverse, also diesen ganzen internationalen, wo ihr Tools benutzt und so, müsst ihr immer die Umsatzsteuer abführen und dürft ihr euch das Geld nicht wiederholen. Das müsst ihr insbesondere dann tun, wenn ihr Kleinunternehmer seid. Wenn ihr aber ganz normal Regelbesteuerer oder Steuererin seid, dann könnt ihr euch das in der gleichen Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen. Wenn ihr jetzt zu unseren Mandaten seid, dann müsst ihr das eigentlich auch nicht weiter wissen, weil das machen wir alles für euch. Das ist aber vielleicht für so ein paar Fragen beantwortet. Notwendiger Vermerk auf all diesen Rechnungen ist alles das, was ich euch vorhin erzählt habe. Ihr müsst eine Rechnung ohne Umsatzsteuer bekommen und ihr braucht unbedingt auf der Rechnung ein Vermerk von Reverse Charge oder Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers usw. Das ist dringend notwendig. Und ihr müsst bei diesen Tools in den Einstellungen unbedingt eure eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Denn, ich habe ja erzählt, quasi im EU-Verkehr ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer der Nachweis, dass ihr etwas fürs Unternehmen nutzt. Und das sehe ich bei unseren Kunden leider wahnsinnig häufig, dass da die Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht angegeben wird. Wenn ich zum Beispiel sage, ich buche mir Adobe, packe aber nicht in den Einstellungen meine Umsatzsteueridentifikationsnummer rein, dann kriege ich immer eine Rechnung mit Umsatzsteuer. Diese Umsatzsteuer ist aber irische Umsatzsteuer und die darf ich in meiner Umsatzsteuervormeldung nicht gelten machen. Und ich sehe das immer relativ häufig, dass die Leute sagen, warum ist das denn so? Ich sage, das ist halt leider nicht deutsche Umsatzsteuer, die können wir nicht im Rahmen deiner laufenden Buchhaltung, können wir die leider nicht gelten machen. Deswegen ist es halt leider so gebucht. Das Einzige, was ihr da machen könnt, ist, dass ihr halt in den Einstellungen geht, eure Umsatzsteueridentifikationsnummer eintragt und dann kriegt ihr auch eine nette Rechnung. Alle diese ganzen Online-Plattformen sind quasi automatisiert. Sobald ihr da eine Umsatzsteuer-ID angebt, kriegt ihr eine nette Rechnung. Auch da nochmal der Hinweis, wie ihr an diese Nummer kommt, habe ich euch ein liebsten Tutorial auf diesem YouTube-Kanal. Das, was ich euch erzählt habe, bedeutet quasi, wenn ihr irgendwo auf Rechnungen für euch ausländische Umsatzsteuer seht, könnt ihr sie nicht geltend machen. Das heißt, ihr könnt sie nicht im Rahmen der Umsatzsteuer-Vormeldung geltend machen, aber es ist für euch natürlich Betriebsausgabe. Wenn ihr quasi Adobe Creative Cloud für 50€ im Monat gebucht habt und on top 9,50€ Umsatzsteuer, also ich kenne die irische Steuersatz nicht, ich rechne die ganze Zeit 19%, 10€ Umsatzsteuer zahlt, dann könnt ihr 60€ als Kosten buchen, aber ihr könnt euch die 10€ halt nicht im Rahmen der Umsatzsteuer-Vormeldung wiederholen. Deswegen Betriebsausgabe ist es, aber halt könnt ihr nicht geltend machen. Es sei denn, es gibt so ein Vorsteuererstattungsverfahren EU-weit, weil es kann ja auch sein, dass ihr gerade rumfahrt irgendwo in Dänemark seid und in Kopenhagen mal tanken fahrt mit eurem Firmenwagen. Da könnt ihr jetzt ja nicht hingehen und auf so eure Visitenkarte eure Umsatzsteuer-Vormeldung vorzeigen und sagen, hey, bitte hier, ich stelle mir doch mal eine nette Rechnung aus und ich zahle das jetzt nicht. Das geht halt in vielen Fällen nicht. Ihr könnt euch aber ausländische Umsatzsteuer wiederholen im Rahmen eines Vorsteuererstattungsverfahrens. Das ist allerdings relativ viel manueller Aufwand und lohnt sich nur für wirklich hohe Beträge. Das heißt auch das, da können wir euch gerne unterstützen, wenn ihr quasi im Mandat bei uns seid, lohnt sich aber wirklich nur für höhere Beträge. Ansonsten dringende Empfehlung immer überall. Packt bitte eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in alle Einstellungen rein. Wie ihr das übrigens in der Contest App machen könnt, seht ihr hier und zwar bei jeder Geschäftsausgabe, die ihr also habt. Das ist jetzt einfach mal ein Screenshot von Contest App. Wenn ihr eine Ausnahmeausgabe anklickt, dann könnt ihr ja unterschiedliche Steuersätze auswählen. Das heißt, ihr könnt sagen, hier war eine Geschäftsausgabe mit 19%, mit 16, mit 7, mit 5, mit 0. 16 und 5 schmeißen wir bald raus, weil das ist jetzt inzwischen ein Dreivierteljahr her. Das kommt hoffentlich nicht wieder bzw. Steuerreduzierung wäre auch nett, aber nicht so zwischendrin einmal für 6 Monate wie letztes Jahr. Deswegen ist das noch drin. Ihr könnt aber auch, und dann seht ihr auch die Berechnung, jede Ausgabe quasi mit Reverse Charge buchen. Reverse Charge ist auch eine Betriebsausgabe, aber halt mit Reverse Charge. Was machen wir da? Bei 50 € rechnen wir halt einmal die Umsatzsteuer drauf und einmal wieder runter. Das ist genau das, was passiert und das ist genau das, was ihr auch quasi machen müsst in der Umsatzsteuervoranmeldung. Auch da schauen wir uns einmal an, wie sieht das eigentlich aus in der Umsatzsteuervoranmeldung. Schauen wir uns das Übertragungsprotokoll an, das wir jetzt schon kennen. Wir sehen hier oben, also so ein kleines bisschen oben, sehen wir hier diese ergänzten Angaben von den Umsätzen. Hier ist es nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß und so weiter. Das sind quasi die Umsätze von EU-Kunden, das ist hier Feld 21, dann aus den Drittländern, das ist Feld 45. Und dann gibt es quasi eure, in Anführungszeichen, Einkäufe. Das heißt, ihr habt quasi, da wo ihr Kunde seid, dafür müsst ihr jetzt auch die Umsatzsteuer abführen, beispielsweise euer Dobby Ambo. Das heißt, hier haben wir sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmens, § 13b Absatz 1 Umsatzsteuergesetz, die Bemessungsgrundlage. Das ist natürlich alles jetzt nicht geil geschrieben, sodass man es auch vernünftig verstehen kann. Aber ihr seht jetzt hier, das ist quasi die Bemessungsgrundlage. Das wäre jetzt bei der Adobe Cloud 50 € netto. In Feld 46 schreibt ihr halt einmal 50 € rein und in Feld 47 steht exakt das gleiche, nur in Klammern steht Steuer. Das heißt, hier schreibt ihr jetzt 9,50 € für die Umsatzsteuer für die Adobe Creative Cloud rein. Das ist quasi die Umsatzsteuer, die ihr abführt. Das ist wichtig, dass ihr es da einmal eintragt und dann könnt ihr natürlich in der gleichen Umsatzsteuervormeldung, und wie ihr seht, es sind nur zwei Felder weiter unten, könnt ihr die Vorsteuerbeträge aus den Leistungen im Sinne des § 13b Umsatzsteuergesetz. Seht ihr, da ist der gleiche § 13b und da könnt ihr das quasi sofort geltend machen. Das heißt, in Feld 67 schreibt ihr auch nochmal 9,50 € rein. Ist jetzt vielleicht verwirrend für alle, die das irgendwie selber machen, aber unter Umständen schreibt ihr, also ihr schreibt unterm Strich für eine Adobe Creative Cloud 50 €, was er an Adobe gezahlt hat, schreibt ihr ins Feld 46 50 €, in Feld 47 9,50 € und in Feld 67 9,50 €. Und damit habt ihr einmal 9,50 € abgeführt und auf dem gleichen Zettel mit der gleichen Umsatzsteuervormeldung 9,50 € gelten gemacht. Das heißt, ihr habt einmal plus minus gerechnet mit dem gleichen Betrag. Das führt dann dazu, dass ihr genau gar nichts zahlen müsst. Auch hier wirklich die Voraussetzung, ihr seid kein Kleinunternehmer, weil Kleinunternehmer, also Kleinunternehmer müssen tatsächlich trotzdem die Umsatzsteuervormeldung in diesen Fällen abgeben und müssen die oberen Felder ausfüllen, dürfen sich aber die Vorsteuerabzüge nicht geltend machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ganz vielen Leuten immer davon abrate, Kleinunternehmer zu werden. Stellt gerne alle eure Fragen. Ich habe mal vorhin kurz mit unserem Buchhaltungsteam gequatscht und die gefragt, Leute, erzählt mir mal, was sind so die häufigsten Fehler in dem ganzen Kontext internationaler Geschäftsbeziehung, also EU-weit und drittlandweit. Das erste Thema ist eher so ein Grundverständnis von Reverse Charge. Das haben wir vorhin auch schon im Chat gehabt. Wie ist denn das eigentlich mit einem Drittlandskunden und so weiter? Das ist ja dann kein Reverse Charge Umsatz. Wichtig ist für Rechnungen, die ihr schreibt, für Leistungen, die ihr ausführt. Das sind sowieso keine Reverse Charge Umsätze. Reverse Charge ist das immer nur für die Seite, für die Kundenseite. Das heißt, Reverse Charge, das ganze Wort, der ganze Begriff ist nur relevant für die Kundenseite. Das heißt, wenn ihr Leistungserbringer seid, wenn ihr Dienstleister seid, wenn ihr in Zürich Unternehmen habt, wenn ihr in Österreich Unternehmen habt, wie auch immer, ist es vollkommen egal, gibt es für euch, um es plakativ zu sagen, überhaupt keine Reverse Charge. Das gibt es einfach nicht. Für euch sind es nicht steuerbare Umsätze. Das haben wir vorhin angeguckt bei der Umsatzsteuer-Fondsmeldung. Für euch ist es einfach nur ein Umsatz, der in Deutschland nicht steuerbar ist. Dann macht es nicht komplizierter, als es ist. In Deutschland ist es für euch nicht steuerbar. Was der Kunde denn damit macht und ob das für euren Kunden Reverse Charge Umsatz ist oder irgendetwas anderes, müsst ihr nicht wissen. Ihr wisst natürlich, weil ihr seid ja smart, wisst ihr, dass wenn ihr im EU-Ausland Kunden habt, dann ist es für die Reverse Charge Umsatz. Und dann müsst ihr sie auf eure Rechnung auch darauf hinweisen. Aber euer Umsatz ist einfach nur ein nicht steuerbarer Umsatz. Das ist einfach nur für dieses Bild klar. Deswegen müsst ihr euch auch bei Drittlands Unternehmen damit kein Drama, kein Theater machen. Ihr könnt da einfach Rechnung schreiben. Ihr müsst jetzt nicht das Steuerrecht aus Malawi kennenlernen, um nach Malawi eine Rechnung schreiben zu können. Ihr schreibt halt einfach nur eine Netto-Rechnung, weil es für euch einfach ein nicht steuerbarer Umsatz ist. Das heißt, ihr als Leistungserbringer habt es eigentlich einfach. Und ein Thema, was mir unser Buchhaltungsteam gesagt hat, das kommt immer wieder, also jeden Monat haben wir die Diskussion, ist, dass wir ausländische Umsatzsteuer nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen können. Das ist genau dieses, du hast dich bei Tools registriert und diese Tools weisen Umsatzsteuer aus und diese Umsatzsteuer darfst du nicht geltend machen. Das darfst du leider nicht, weil du dieses Tool ja als Unternehmen buchst. Deswegen musst du da in den Einstellungen immer deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Dann kriegst du immer eine Netto-Rechnung und dann wird die ohne Umsatzsteuer gebucht als Reverse Charge Umsatz, weil da seid ihr ja der Kunde. Aber wir dürfen keine dänische, österreichische, irische, luxemburgische Umsatzsteuer in der deutschen Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Auch da ist es euch eigentlich relativ egal, wohin ihr die Steuern zahlt. Für den Staat ist das schon wichtig und der deutsche Staat hat keinen Bock darauf, euch eine Umsatzsteuererstattung zu geben für eine Steuer, die Adobe in Irland abgeführt hat, weil das irische Steuer ist. Das heißt, Irland hat Steuern bekommen und der deutsche Staat soll euch die Steuer dafür wiedergeben. Da haben sie nicht Bock drauf und deswegen buchen wir das auch konsequent immer auf 0. Also ohne Umsatzsteuer wird einfach immer nur als 0% gebucht. Da haben wir relativ viele Diskussionen immer wieder. Verstehe ich auch, also auf menschlicher Ebene verstehe ich das, auf rein praktischer Ebene muss ich euch leider sagen, na, ist halt leider auch richtig so, weil selbst wenn wir es anders buchen würden, nächstes Mal, wenn das Finanzamt sich das genauer anguckt, haben wir Ärger und wir sind dafür da, dass ihr keinen Ärger mehr im Finanzamt habt. Und dann kommt es relativ häufig, dass es insbesondere auch bei EU-Rechnungen, aber insbesondere bei Rechnungen, die ihr bekommt aus dem Drittland, also ganz wild von irgendwo, irgendwelche Software-Tools, Abonnements und so weiter, dass ihr aus dem Ausland Rechnungen bekommt, die nicht richtig sind aus dem EU-Ausland. Und es steht zum Beispiel kein Hinweis auf Reverse Charge drauf oder es stehen nicht beide Umsatzsteueridentifikationsnummern drauf. Diese Rechnungen, das heißt, wenn die Rechnung, die ihr bekommt, nicht korrekt ist, auch wenn es richtig wäre, dass es ein Reverse Charge Umsatz ist, bucht ihn lieber nicht auf Reverse Charge. Das heißt, auch in eurer Buchhaltung, wenn ihr es selber macht, bucht es in diesen Fällen lieber nicht auf Reverse Charge. Aus dem einfachen Grund, weil, also da musst du so ein bisschen herangehen, was passiert in welchen Fällen. Und wenn ihr Reverse Charge bucht, dann müsst ihr die Umsatzsteuer abführen, ja. Es kann aber sein, dass wenn die Rechnung falsch ist, die ihr ja gar nicht geschrieben habt, wenn die falsch ist, dass ihr halt keinen Vorsteuerabzug habt. Und wenn es ganz blöd läuft und irgendein Betriebsprüfer euch mal richtig ärgern will, dann sagen die ja, dass du die Umsatzsteuer abgeführt hast, das ist okay, aber dass du die Vorsteuer geltend gemacht hast, das ist nicht okay und dann verweigert der euch quasi den Vorsteuerabzug in der Reverse Charge Berechnung. Und das ist dann super blöd, weil dann darfst du die Steuer nicht Geld machen, muss sie aber trotzdem abführen. Wenn ihr einfach sagt, das ist eine falsche Rechnung irgendwo aus dem Ausland, ist irgendwie keine korrekte Rechnung, ist eine Geschäftsausgabe umsatzsteuerlich, kann ich damit aber nichts machen. Wenn ihr es einfach als 0% Geschäftsausgabe bucht, seid ihr auf der sicheren Seite, weil also am Ende hat der Fehler die andere Person gemacht. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich nächste oder übernächste Woche zum nächsten Webinar. Bis dahin, ciao, ciao.